Die Statistik ist etwas, was uns dabei hilft, die Abstrusität der Dreieinigkeitslehre zu verstehen. In der gesamten Bibel gibt es über 31.000 Verse und nicht in einem dieser Verse stehen die Worte 2 oder 3 im Zusammenhang mit der Person Gottes. Auch die Worte Jesu sind in über 1.800 Versen des Neuen Testaments festgehalten. In keinem einzigen dieser Verse gibt er an, dass er Gott ist, ein zweiter Gottes, eine zweite Person Gottes ist, fleischgewordener Gottes oder gar ein Teil oder eine Ausführung des Dreieinigen Gottes. Wir müssen uns fragen, wenn wir bei solchen eindrücklichen Zahlen uns anmaßen, eine Lehre zu glauben, die von Christus in keinster Weise bestätigt wird. Ob wir mit unserem Leben, mit unserem Glauben, nicht vielleicht, ja, Jesus genau das zumuten, was er nicht wollte. Nämlich, dass wir ihn nicht ernst nehmen, sondern auf die hören, die Wölfe im Schafspelz sind. Jesus gebraucht im Neuen Testament 184 Mal das Wort Gott. Kein einziges Mal hat er dabei von sich gesprochen oder vom Heiligen Geist, sondern immer von seinem Gott und Vater. Gipfelnd in der eindeutigen Aussage in Johannes 17, Vers 3, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Doch auch wer Jesus ist, wird mit der Statistik eindeutig belegt. Und zwar steht genau null Mal der Begriff Gott Sohn in der Bibel. Im Neuen Testament wird Jesus hingegen 520 Mal Christus genannt, was Messias, der Gesalbte Gottes, bedeutet. Paulus hat in seinen 13 Briefen über 500 Mal Gott geschrieben und kein einziges Mal kann bewiesen werden, dass er mit diesem Wort Jesus, dem Messias, gemeint hat. Es ist ihm immer um den Vater gegangen. Es gibt einige wenige Stellen, die man grammatikalisch zweideutig sehen kann. Doch spätestens der unmittelbare Kontext der Worte, die fehlinterpretiert wurden, zeigen, dass er mit Gott den Vater meinte. Wir müssen uns fragen, maßen wir uns an, mehr über Gott zu verstehen und mehr über Jesus zu verstehen, als Paulus, der Jesus selbst erlebt hat? Auch Petrus hat in seinen zwei Briefen 46 Mal von Gott gesprochen, kein einziges Mal hat er sich dabei auf Jesus bezogen. Er hat immer den Vater gemeint. Und gerne nachlesen, die Petrusbriefe sind rein vom Leserischen her, nicht viel Arbeit. Geistig hingegen umso herausfordernder. Auch Jakobus, ein Heilbruder Jesu, hat in seinem Brief 17 Mal Gott geschrieben und kein einziges Mal hat er damit auf Jesus Bezug genommen. Er hat immer den Vater gemeint. Da müssen wir uns fragen, wenn Jakobus ein Heilbruder Jesu ist, der ihn erlebt hat, mit ihm aufgewachsen ist, wer sind wir, dass wir uns anmaßen? Mehr über das Gottesbild zu verstehen und mehr über Jesus zu verstehen, als jene, die es damals von Jesus, dem Sohn Gottes selbst, gehört haben. Ich wünsche dir Gottes Segen bei der Prüfung. Ich wünsche dir Gott. Mein Vater – bleibt ja. Gemeintragen nichts. ь.